Das ist die Jockey-Reihe bei den Nils-Alschalz, ich sehe euch ein Witz. Sehr politisch unkorrechter Witz, aber ich sehe ihn jetzt trotzdem. Geht er 5, geht er zur Post. Und dann geht er so einen Brief ab, und die Schaltendame sagt, eingeschrieben oder normal. Das heißt, ich sehe euch ein Witz, ich sehe euch ein Witz. Ich sehe euch ein Witz, ich sehe euch ein Witz.